Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Und zwar, wir spielen Let's Play Disney's Castle of Illusions Daring Mickey Mouse Ja, wir spielen ein kleines, nettes Spielchen Ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen, es ist ein Blind Let's Play Ähm, aber ich wollte das Spiel unbedingt mal haben Also es ist ja hier die Hadith-Fassung, äh, es gab ja damals sehr alt Erst mal an der Zeit, zwei devotierte Südhörer, die auf der Sommerabendung ausgetreten, um die Sonne Die Sonne, die heiße Temperatur und die Freude von einem anderen Mickey und Minnie waren so glücklich, dass sie sicherlich alle müssen fühlen Aber, als, Glück ist nicht in allen Hörern Wo es sich lieb und Liebe gibt, es ist kreis und Angst und Angst Die Witch Miserebelle hatte so ein Herz One filled with darkness and envy. Oh, dear. Aw, it's okay, Minnie. I bet the sun will be back in a jiffy. Mickey's wish was not to be. The day turned to night and the skies thunder with ill will and fury. Yikes! In the brief moment that Mickey closed his eyes against the bright flash of lightning, his happiness was shattered. Huh, Minnie! The evil witch, Miserable, had kidnapped Minnie. The old crone had always been jealous of the mouse's beauty. Now she would rob her of it. Poor Mickey. You never appreciate what you have until it's gone. Isn't that right? No, no! And get her back! As Miserable took to the skies with his beloved Minnie, Mickey knew he had to act fast. Oh, Mickey, save me! Running with all his might, he chased the witch through the forest. Mickey scampered and scurried all the way to the castle of illusion. Ja, das war das Intro, was einfach mal so kam. Oder kommt das Intro gleich nochmal von vorne? Müssen wir mal schauen. Das Intro kommt nochmal von vorne. Naja, das können wir dann mal überreden. Ja, das war gerade kurz das Intro gewesen und fängt die Wut an. Wie gesagt, ihr kennt das Spiel nicht, aber ihr freut mich einfach mal. Und kommen wir über Spiele jetzt mal. So, äh, ja, ein neues Spiel. Zum Überspringen, drei drücken. Man ist ein Drei, bitte. Das hier, das hier, das hier. Ah, gefunden. Ja, muss man sich jetzt mal hier noch ein bisschen einfuchsen, die Steuerung, Schloss of Fusion. Ja. Ja, genau. Ja, ja, wir sind hier. Mickey Maus, wir können springen. Okay. Okay, das ist ja jetzt schon, geht's. Aber egal. Ja, wir können springen, wir können ducken, wir können krabbeln, oder? Ne, wir können ducken. Okay. Wir können zwei zum Springen drücken, okay, das ist zwei. Okay, ich spiele mit dem Gamepad. Wird ja auch bevor, mit dem Gamepad zu spielen. Okay, dann mal hier rauf. Gut, das hört noch was. Ich kann mal alles abschauen. Wie gesagt, ich kann das Spiel nicht so bleiben. Let's play. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Wollte das schon die ganze Zeit anfangen. Und da ich gerade eine kleine YouTuber-Pause hatte, würde ich mal sagen, äh, war das hier wieder ein schöner Einsturz. Halte zwei Wochen langes, um höher zu springen, okay. Ah, okay. Was machen wir mit dem Typen? Ah, okay, da drauf. Äh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Die Toysoldier-Guarden waren stolz und regimental. Aber zu einem Maus auf einer Mission, waren es nur Steppingsteine, um höher zu holen. Ja, genau. Woll. Ich hoffe, der wird nicht so oft nochmal zwischen klatschen, wenn der will ich dazwischen klatschen. Okay, also wir haben eine Anzeige. Wir haben drei von fünf Sterne. Wir haben drei Leben, würde ich sagen. Und 800 Diamanten gibt es wohl hier in diesem Level. Ah, kurz geht es auch noch so rein. Das ist auch ganz gut gemacht. Okay, das heißt, es gibt hier in diesem Level 800 Level. Da oben ist unser Highscore. Ja, so ganz gut gemacht. Ja, so dann sagen wir mal hier die Edelsteine ein oder die Diamanten. Bis er sagt, okay. Also das Spiel steuert sich. Ja, ich habe ja gelesen, es soll die Steuerung, weil ich hier total vermurzeln. Aber ich finde, das geht noch. Ach, guck mal, wir brauchen ja auch 15 Diamanten. Aber es ist, wenn ich die da draußen jetzt verpasst hätte. Was sind das hier für Dinger? Nichts, okay. Gut, kein Kehl rauf irgendwie. Nein, gut, dann gehen wir durchs Tor. Zack. Jetzt darf ich mir einen Weg aussuchen. Nee, ich darf nur den hier, weil er an der anderen Seite verschlossen. Genau, Micky. Oh, irgendein Wald. Also ist das wohl die Level-Auswahl, würde ich mal sagen. Verzauberter Wald, Akt 1. Micky kann auf mehrere Feinden hintereinander springen, um Bonuspunkte zu erhalten, okay? Micky hat den Platz umgekehrt und erinnert wieder in die Forst. Aber es wurde irgendwie verändert. Das war nicht das pastoral Wald, was er erinnert hat. Ja, guck mal, wenn man so ganz langsam läuft, dann kann man so laufen. So schön standardmäßig. Lalalalalala. Okay, hier ist ein Pilz. Und noch einer. Und ein Vogel. Okay, die kann man nicht töten. Auch ein bisschen fies. Okay, da sind sie wieder. Die Pilze geben jetzt nochmal Punkte. Ich glaube, Heißkopf-Punkte, ne? Nee, gar nichts mehr. Okay. Okay, hier ist ein Pfeil. Da ist ein Baum. Und ein Stern haben, okay? Und jetzt sind wir hier rum und ein extra Leben. Oh, darum ging es noch weiter. Verdammt. Komme ich hier nochmal zurück? Der Baum ist dann müssen wir nochmal gleich wieder kommen, ne? Oder? Hallo Baum. Ja, da ist er wieder. Komm her, Baum. Geht auch wieder in die andere Richtung zurück. Ja, auf jeden. Wunderbar. Dann springen wir mal kurz hier rüber über den. Oh, von Aua. Ach, okay. Sterne sind unsere Lebensanzeige. Okay. Oh, wenn ich so ganz geklappt. Oh, Mann. Oh, was hat der denn da? Von roten Diamanten oder Edelstein. Da ist er wieder. Okay, jetzt hier rauf. Hier rauf. Wow, war knapp. Und noch ein Edelstein. Nur für ein Edelstein. Okay. Na gut. Da ist so ein komischer. So, mal der. Ach, der zum besonderen Wohl. Und den wollen wir wieder bekommen. Okay, dann geht es aber noch weiter. Warte, dass wir dich haben. Okay. Wunderbar. Das sieht aber ganz nett aus hier. Das muss man schon sagen. So. Hier noch Äpfel. Drücketeil zum Werfen. Ah. Okay, cool. Kommt der Pilz auch hier rüber? Nee, schade. Können wir da oben zum Stern? Dann hinten. Wie klebt man so nach hinten? Aber da komme ich noch gar nicht hin. Vielleicht komme ich da gleich noch hin. Ähm. Okay, hier habe ich die wieder neun. Okay, die kommen eben wieder neu. Das heißt, einen werde ich auf jeden Fall gebrauchen. Mal gucken. Gibt es nochmal neue? Hier ist eine Truhe. Wirft Gegenstände, um Kisten zu öffnen. Ah, okay. So. Jetzt habe ich da aus Versehen, den einen Pilz kaputt gemacht. Na, aus Versehen nicht. Aber leider nicht da drauf gekommen. So, jetzt. Dann links. Oh. Also muss ich wohl festhalten, die Taste. Okay. Oder auch nicht. Hehehe. Mein, noch falsch. Oh, verdammt. Ich war dran. Wobei, wie habe ich das gemacht? Hallo, Pilz. Dankeschön. So. Okay. Einfach nichts drücken. Okay. Oh, jetzt bin ich da wieder runtergefallen. Okay. Nochmal. Zack. Da rauf. Dann hier rauf. Wunderbar. Oh. Okay. So. Und so. Zack. Hier rüber. Dann hier rüber. Dann hier rüber. Und Äpfel und Natur. Mit. Nochmal. Äh. Ach, schade. Jetzt bin ich da nicht drauf gekommen. Hm. Aber den würde ich schon gerne haben. Den Stern. Machen wir nochmal, Leute. Wir haben mal Zeit. So. Zack. Da rauf komme ich nicht gerade sofort. Okay. Nochmal. Pilz komm mal wieder. Dankeschön. Du bist so ein guter Pilz. Jetzt habe ich den Stern verloren. Nää. Doof. Und hier rüber. Dann hier. Und hier runter. Wunderbar. Wunderbar meine ich natürlich. Okay. Dann können wir weitergehen. Okay. Die werfen. Nicht so geil. Da ist ein Sternball. Der Vorrat hat mich gerade ein bisschen irritiert. War nicht so geil. Okay. Ah, okay. Das ist ja cool. Es gibt ja tausend Regen. Was passieren, wenn ich jetzt hier lang gehe? Der Signpost wurde von Misravel. So, natürlich. Aha. Wut. Wenn sich der Weg war, so nur entscheiden könnte. Okay. Okay. Es gab also nur einen Weg. Ich würde mal sagen, wow, wow, okay. Das sind hier so Blätter, die kommen wieder. Okay, machen wir so. Dann so. Okay, ducken. Springen. Wunderbar. Was ist das denn? So, warst du gewollt? Ich denke schon. Komm ich hier noch rüber? Ich glaube, hier soll ich gar nicht sein. Okay. Dann gehen wir hier mal noch rauf. Dann so. Ducken. Springen. Und ja, ins nächste Mal haben wir gerade ein paar Diamanten Edelstellen verpasst. Und so ein paar fiese Spinnen. Okay. Aua. So, weg mit dir. Dann so. Okay. Das hier. So, soll ich jetzt mal nach oben? Obwohl, da ich hätte gern diese Edelsteine. Die scheinen ja dann doch wichtig zu sein. Soll ich jetzt erst mal nach oben oder erst nach unten? Ich glaube, erst nach oben. Gibt es noch was an den Seiten? Da ist nichts. Äh. Nein. Nicht runter. Okay, da war ich. Äh. Achso, okay, jetzt sind wir hier. Ah, weil wir runtergefallen sind. Okay. Jetzt sind wir aber hier. Ich dachte schon, das hätten wir jetzt verpasst den Weg. Darüber ist halt wieder getroffen worden. Können wir weg hier. Dankeschön. Wieder so ein Pilz hier. Wunderbar. Aua. Wunderbar. Und Pilz. Na komm, kleiner Pilz. Zack. Und da rauf. Wunderbar. Und noch mal da rauf. Okay. Auf den kleinen Pilz da. So. So. Okay, so. Einmal her. Mit. So, wunderbar. Dann hier rauf. Und hier rauf. Hier geht es irgendwie runter. Jetzt sind wir und eine neue Tür ist erschienen. Okay, jetzt müssen wir von einem Apfel abhauen. Okay, wow, wow, wow. Ist aber ein bisschen. Aber schon freigestaltet, bunte Bilder. Ist doch schön. Jetzt habe ich da so einen Edelstein verloren. Na, ich habe hier schon ein paar nicht alle mitbekommen im Level. Oh, Hilfe. Hilfe. Böse Apfel. Okay, Apfel kommt. Böse Apfel, da habe ich einen Edelstein verpasst. Das ist aber cool gemacht mit dem Edelstein, muss ich sagen. Ja, Edelstein mit dem Apfel. Coole Idee. Oh, wenn es jetzt nichts Neues ist. Oh, vielleicht springen müssen. Boah, weil es aber fies. Und nochmal. Yay. Oh. Oh, da habe ich schon nicht schlecht ausgerutscht. So. Dafür drehen wir die Edelstein nochmal. Wunderbar. Ich glaube, nicht? Waaah, doch. So. So. Frenn, Miki. So. Aber den Edelstein haben wir nicht. Schade, okay. Den haben wir auch nicht. Haben wir über den Konto übersprungen. So. Oh ja, jetzt. War noch nicht springen. Das war zu früh. Aber wunderbar jetzt. Okay. Exit. Das war zu früh. Und damit haben wir auch schon das Bild abgeschlossen. 8600 Punkte und ein Gesundheitsbonus. Okay. Verzauberte Wald Act 2. Miki kann auch geduckt. Miki knew he was closer to Miserable now. The very air around him tingled with mischief and danger. Ja. Was er nicht sagt. Aber Leute, ich würde mir vorstellen, wir machen hier einen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, let's play Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Sei schau. Euer Nenjoshi. Tendo.